Hallihallöchen! Jawoll, da sind wir wieder. Wir machen folgendes. Wir haben acht Diamonds. So. Wir craften uns eine Diamond Pickaxe. Und ich glaube, hier war das. So. Und jetzt versuchen wir mal, ohne zu sterben. Schauen wir mal. Gut, darunter ist nichts. Wir brauchen ein bisschen Obsidian. Das dauert jetzt kurz. So, und die Musik ist, glaube ich, ein bisschen zu laut. So, ich habe jetzt mal eine andere Playlist drin. Und zwar brauchen wir ein bisschen was. Für das, was ich vorhabe. Und zwar ein Verzauberungstisch. Und das Netaportal, wo ich fertig baue. Ah, okay. Das war der Stein. Ich dachte, das wäre ein Skelett. So. Dann nehmen wir dich. Jetzt lasst mich mal ganz kurz. Das sehe ich nur an der Werkbank. Sechs Stück. Ich weiß nicht, wie viele ich draußen noch brauche. Ich nehme die zwei dann nämlich noch mit. Dann haben wir acht Stück. Und das sollte reichen. Das sollte eigentlich reichen. Ups, nicht verziehen hier. So. Damit hätten wir die Ressourcen auch. Jetzt ist die Frage, in Neta wollen wir nicht so schnell. So. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Die Kohle nehme ich mit. Obwohl, 18 Kohle lasse ich da. Das lasse ich mal. Ich nehme da mal alles mit raus. Und dann gehen wir mal nach oben. So. So. Frosche im Hals. Und dann gucken wir doch mal. Es ist nass. Es regnet. Interesting. So. Küchen. Euch geht's gut. Nirgendwo ein Feind. So. Packen wir euch mal hier so rein. Das ist die Essenstruhe. Dann packen wir hier mal rein. Eisen. Gold. Diamanten. Obsidian. Und die Kohle. Zaubertisch. Zaubertisch. Vier, zwei und ein Buch. Jetzt brauchen wir erstmal ein Buch. Dazu brauchen wir folgendes. Geben wir mal ein Eisen. Ich weiß nicht, ob es dunkel wird. Euch brauchen wir. Zack. So. Und zwar. Kommt man weg hier. Hier müssen wir mal ein bisschen umbauen. Und zwar bauen wir hier jetzt folgendermaßen um. Wir machen jetzt mal ganz kurz das hier alles weg. Bis da hinten. Ich glaube, es wird dunkel. So. Dann. Dann, 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 dann. Geben wir mal die ERD. Hier oben kann das ja nicht wachsen. Es kann nur hier wachsen. So. Es wird dunkel. So. Ich gehe mal schlafen. Hier mit dem Knochenmehl. Das packen wir hier mit rein. So. Jetzt gucken wir doch mal. Boden wird wieder trocken. Sehr gut. Und zwar. Und zwar. Möchte ich dich mal wegmachen. So. So. Es fließt auf jeden Fall. Das Wasser. Das ist schade. Aber das kriegen wir alles gebacken. So. 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 Und So Hier machen wir mal ein kurzes Eckchen zu Vielleicht brauchen wir dich später nochmal Ups Oder will ich das dieselbe Höhe haben wie Soll das dieselbe Höhe haben Muss es ja fast Weil Es muss ja direkt neben dem Wasser quasi gebaut sein Es muss direkt neben dem Wasser gebaut sein Dann machen wir hier mal Doch den Triple So Passt auf Das machen wir jetzt ganz verrückt Das ist jetzt ganz verrückt Was ich hier mache So Jetzt muss ich nur Oh Gott Hier habe ich noch Erde Fuck Verkackt Verkackt Nochmal ein Grüße So Auch kein Problem So Gut Dann hole ich mal den Eimer Und nochmal ein bisschen Erde brauchen wir So So gut und zwar bauen wir jetzt hier oben so das war jetzt kacki ja jetzt haben wir hier den bund gut nächste reihe ist das hier da muss ich ein bisschen aufpassen wo ich da das wasser entnehme gut dann nächste reihe und hier haben wir die reihe jawohl dann passt es und hier bauen wir jetzt den schritt an erstmal es sieht jetzt nicht besonders schön aus aber das ist egal so ich möchte hat hier kein fließgeräusch dann mehr haben das haben wir jetzt nur noch hier fange ich jetzt von hinten an so ich möchte hier keine fließgeräusche warum kriege ich hier noch fließgeräusche da das werden wir dann irgendwann mal ausbessern so gut gehen wir schlafen die Folge ist eh vorbei gut dann hätten wir hier eine Zuckerrohrplantage sehr gut Leute wir sehen uns in der nächsten Folge wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Tschüss wir sehen uns in der nächsten Folge wieder